Mimi und Bella Kraus haben die Spekulationen beendet und bestätigt, kein Paar mehr zu sein. In der Hoffnung, dass die Spekulationen und Nachrichten in jeglicher Hinsicht aufhören, möchte ich, endlich, etwas klarstellen. Schreibt der ehemalige Handball-Weltmeister und Let's Dance-Teilnehmer Mimi Kraus kurz vor dem Jahreswechsel auf Instagram, Bella und ich sind getrennt. Nicht erst seit gestern. Mimi Kraus beendet die Spekulationen um seine Ehe. Er gehe erst jetzt mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, so Kraus weiter, weil er sich und seine Familie habe schützen wollen. Kraus bittet seine Community, ihm keine weiteren Fragen mehr zu Bellas Privatleben zu schicken, ich habe hier genauso wenig Kenntnis wie ihr. Erst kürzlich hatte Mimi Kraus in einem Interview mit RTL versucht, seine Fans zu beruhigen. Er ließ verlauten, dass zwischen ihm und Bella alles in Ordnung sei. Wir halten ja unser Privatleben immer schon aus der Öffentlichkeit raus und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und weiter, je mehr man nach außen trägt, desto mehr Futter gibt man der ganzen Öffentlichkeit. Natürlich steht man in der Öffentlichkeit, aber ich glaube solche Dinge, vor allem wenn man vier Kids hat, sollte man privat halten. Schließlich seien die Kids so langsam in einem Alter, in dem sie solche Dinge mitbekommen. Bella Kraus äußert sich zur Trennung, auch Bella Kraus hat sich inzwischen auf Instagram geäußert. Wie ihr noch Ehemann will sie vor allem ihre Kinder schützen. Der emotionale Prozess der Trennung sollte privat bleiben, so die Influencerin. Uns war und ist es weiterhin wichtig, das beste Team für die Kinder zu sein. Sind Reality-Star Paco Herb und Bella Kraus ein Paar? Gerüchte um ein Liebeshaus kamen im November auf. Auf den sozialen Netzwerken meinten Follower Indizien dafür gefunden zu haben, dass Bella Reality-Star Paco Herb dated, der gerade verkündet hatte, eine neue Freundin zu haben.